Hallo, ich bin Dr. Iris Henkel, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Petersen-Hardrad-Bruckmeier. Beim 10. Personalforum darf ich wieder einen Workshop halten und diesmal wird es um aktuelle Entscheidungen aus dem Arbeitsrecht gehen. Ich habe Ihnen ein ganzes Potpourri von Entscheidungen zusammengestellt aus dem Bereich Urlaubsrecht, Befristungsrecht, Mindestlohnrecht, aber auch zum Beschäftigten-Datenschutz. Ich werde hier noch nicht mehr verraten, denn ein bisschen Spannung muss sein. Und freue mich, wenn wir uns am 8. November 2018 beim 10. Personalforum sehen.